der wurde gekickt aber den lobby code gesehen nicht zensiert ich habe rausgekickt ok freunde let's go crewmate noch klar noch klar ok jetzt sind wir swapper jetzt sind wir swapper torsten keckoman meine damen und herren der swapper alle am leben alle am leben neue wette freunde neue wette neue wette kimi du machst das ganz toll du hast das ganz toll kimi du bekommst hiermit einen guten Nudelstern du bist eine gute Nudel zack da ist maggie wir schauen auf lifeline hier ist das kätzchen es sind immer noch alle am leben sind immer noch alle am leben ok hier im leben kleiner peter da ist klar um bei mir war dann noch ein lifeline das ist maggies chameleon hallo da hat jemand bilder gemalt mit meines blut vor electrical stug du warst nicht fertig bekommen ach so du wirst ein herz malen da war ein jojo mädchen aber wie sie gleich wieder mich rein rein werfen da war ein jojo mädchen ja direkt neben dir also katze war es nicht und du warst es nicht ihr wart beide seid beide drüber ne also pass auf ne ne also dann ähm es stand äh desher war da als ähm chameleon gestanden davor wo war desher als chameleon an der lifeline und ich bin dann von der lifeline weggelaufen und mir kam das so vor als wäre es maggie im gang einfach vor mir aufgetaucht plötzlich also das ist so aber ich war mir nicht sicher ist nicht sicher ehrlich gesagt es war nur so ich kann auch da kurz der ist chameleon aber das steht im baumraum oder wie kann die story anfangen also rein rein theoretisch hat es maggie den kill auch gemacht verstehe ich nicht aber wie gesagt ich bin die ganze zeit im autor judy hatte mich gesehen studi hat mich jetzt gesehen also ich stehe die ganze ja aber können wir mal festhalten dass knechty grad gesagt hat er hätte den kill gemacht naja er hat gesagt rein theoretisch hat es maggie den gemacht das heißt es würde hier also wenn knechty nach wie vor die wahrheit sagt wäre er ein gemaufters maggie gewesen aber er hat gesagt er wollte das herzchen zu ende malen und es war nur ein halbes zugehört knechty wer ist trapper was denn ich was ist lustig wer war alles in der trappe neben mir ich war in der trappe ich war auch in der trappe ich war auch in der trappe im office ich war auch in der trappe ich war auch in der trappe ich auch nicht also ich fahr ähm oder war ich in der trappe ja es waren nur zwei drin wenn knechty die Wahrheit gesagt hat er streng genommen als maufling gekillt wahrscheinlich wir alle waren in der trappe nein ich warte hier ist maggie weil smagie hat den kill gemacht wo bist denn du da wow was ist das ey smagie ist der tiebreaker echt jetzt ich glaub der swapper kann sich nicht selber swapper also ich hab meine regel gebrochen kacke hallo leute ganz kurze werbeunterbrechung in eigener sache abonniert gerne mal kostenlos den tersty channel viele von euch haben das noch nicht getan und schaut auch mal auf terse vorbei freunde unser zweiter youtube kanal wir laden hier ganz viele videos hoch wie zum beispiel codenames auch mit dalukat und wlesk oder unsere best of videos aus der winch challenge aus wo w ja zurzeit auch eldenring schaut da gerne mal vorbei der link ist in der video beschreibung abonniert kostenlos den kanal und ich wünsche euch ganz viel spaß mit den videos machte gut danke für euren support das sind keine zwanzig zentimeter nie im leben kleiner peter keine zwanzig zentimeter hallo walschrath ja klasse hey die hat vor drei sekunden noch gelebt ja ja aber test ist kein killer wo denn stuggi irgendwo o2 ist liegt das ja aus wie test ist kein killer du bist kein killer sie war bei uns im äh aber kann der grün an der crew gestern nicht einfach knig die auf morfling gäste und wie voten der stadt ein mate raus danke und jetzt einfach der heraus wurden ja warum soll ich sein mate sein weil du auch an der tour gewesen bist ja doch in der ersten wunde wo kein kill war also wenn der gäste könnte beim kurzen hier weg gerade und jetzt gerade bin ich rausgelaufen und bin im lichtkegel mit julie hoch aber wenn der wenn der crew gestern morfling gemacht hat dann könnte er mal jojo auf der schau machen ich warte ja 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 aber ganz kurz stuggi den den gästern knechte gerade hast du nicht gemacht der hat gefällig ist oder der jackal hat ihn ne ich glaube eher dass das ein thief war ja dann 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 einfach auf klir jackal jackal okay warte jackal ist das so offensichtlich der jackal also bleibt nur noch julie oder terste warum ich nicht warum kann ich nicht der jackal sein was soll das weil du der swapper bist du wolltest dass ich rausfliege und du wolltest ich knechte dich shapen okay gut vielleicht wurde ich überführt ist auch okay gut dann ist julie oder terste das hätte ich nicht gedacht dass du das in der aufmerksamkeit dann können wir jetzt noch terste auf jackal voten dass du das rausgefunden hast das ist aber für mich ein flash muss ich ehrlich sagen ja also naja gut was soll ich sagen ihr habt mich sympathisch 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 wer hat der Tisch wer von euch geht eigentlich nach san diego sympathisch man kann sie unterhalten ja der ist problemisch nach dem sonnenuntergang will ich nicht in ice age sein tschüss tschüss ach ich bin gar nicht tot achso das sind keine 20 cm keine 20 cm Leute hallo jasmin wir haben eine romantische Kabiofahrt durch die Hopfenfelder gemacht geil let's go Junge die chisels die chisels hallo jasmin 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 ich bin chris hi jasmin ne ich bin chris da ist das feine kätzchen das kätzchen also irgendwas stimmt ja hier nicht ne eigentlich müssten ja jetzt alle bösen raus sein ich weiß nicht wer hat denn diese mastermind äh voting taktik überhaupt ins leben gehen ja weil hier war ja ganz offensichtlich falsch stimmt ich kann das Licht ja näher machen als Swapper na da ist das Licht da oh ja ich war in der Trap ich war in der Trap Leute noo jetzt ist das Kätzchen tot das Kätzchen ich war auch in der Trap unter Weapons der erste also es sind gerade zwei Punkte electrical das fand Claire und ich daneben ja das stimmt und dann ist der Killer zwischen Terster und Schmeggy wahrscheinlich ähm wart ihr mal im VIP Flash zusammen Hä Farrou ja hast du sunglases ich bin dir kurz von VIP bin ich dir in die obere deacon entgegen gekommen Bruder wo hast du die Leiche reported im lab ja wer sauer ist smeggy wach jetzt mal hä warte im lab ja wie bist du wieder ins lab Bruder du bist gerade ins specimen rein Ja, ich bin einfach durchgelaufen und bei mir kam der VIP-Flash unten. Dann schaue ich mal, ob es Maggie tot ist, weil Terzler war vorher auch im Lab. Und dann habe ich geguckt, bin wieder hochgelaufen, weil ich wusste, die Katze war auch davor im Lab, der hat die Kabel mit mir gemacht. Ich bin auch hier ganz schön im Sass gerade. Also spätestens, als du gerade eben so resigniert aufgegeben hast, warst du raus für mich. Ich habe Julie gewonnen. Da war ich raus für dich. Ich auch. Ja, was soll ich denn sagen? Meine, was soll ich denn sagen? Also, keine Ahnung. Guck mal, diese Voting-Theorie vorhin, das er zwischen mir und Julie ist, kam ja auch von Smeggy. War ja offensichtlich falsch, weil Julie ist ja also nicht die Letzte gewesen. Nö, ist nicht ganz so falsch. Ich hätte jetzt gedacht, Knechti und Desha sind die Bösen und Julie. So. Die Theorie kam ja von Smeggy. Deshalb würde ich jetzt Smeggy auch einfach, weil du da reingeschissen hast, würde ich die auch jetzt hier warten. Ich habe nicht gewotet, Terce. Ich habe nicht Julie gewotet. Ja, aber deine Theorie war ja falsch und jetzt ist es ja zwischen mir und dir anscheinend. Ich darf fliegen, ne? Also, die sind die größten Trollkinder. Ich war die Snitch. Zeig dir. Nö, machst du nicht. Wir haben gewonnen. Ich wollte sagen, es ist jetzt vorbei oder nicht? Ja, es ist vorbei. Nicht vorbei. Na, Junge. Also, das ist ja geistkrank. Also, das kannst du keinem erzählen. Also, Faru, deine Calls schon wieder. Also, immer diese Calls. Es ist, es kann nur zwischen dem und dem sein. Da war jetzt schon zweimal geistkrank scheiße. Also, dieses, jedes Mal, wenn das jemand callt, vote ich den instant. Ist mir egal. Also, so eine Scheiße. Wie kann man, also, so ein Scheiß-Call. Ist ja geistkrank. Vorhin macht das Maggie. Diesen Call, es kann nur zwischen Terz und Juli sein. Und dann macht das jetzt gerade Faru. So, ich gucke jetzt auch, ob man buzzern kann. Aber ich bin Swapper. Ich kann, glaube ich, nicht buzzern. So. So, ist mir egal. Jetzt wird hier gebuzzert. Es reicht. Also, hier diese Calls. Muss ich jetzt auch mal, habe ich mich jetzt gerade schon aufgeregt. Diese Calls immer, ne? Kann nur zwischen Terz und Juli sein. Nächstes Meeting, wir wollen Juli raus. Und dann kann nur zwischen Terz und Smegi sein. Wer macht diese Calls hier die ganze Zeit? Von wem kam die Calls denn? Ja, von Faru und Smegi. Ich wollte jetzt Faru. Genau, also. Ich muss jetzt leider, ich muss leider sagen, dass meine Menschenkenntnis mir jetzt sagen, dass Shoshi der Killer ist. Okay, das ist in Ordnung. Dann lass uns über das einreden und dann über, warum ich dann Killer sein soll. Also Terz und Fongi? Terz hatte schon halt zwei Crewmates rausgeballert mit Juli und mit Smegi. Wieso denn ich? Wenn ihr bei dem Electrical wart und ihr kurz, also ich habe kurz nach dem Flash am Table geschaut. Wieso, wen habe ich rausgeballert? Pass auf. Du sagst die ganze Zeit, ich bin Sass. Ich sage nur, ich bin es nicht. Ich habe es einmal gesagt, dass es zwischen euch sein muss, weil ich kurz nach dem Flash am Table war, da waren zwei Punkte. Ja, aber dann habe ich die doch nicht rausgeballert. Der Kill war im Lab und sowas. Doch, du hast jetzt gerade eben auf Smegi gepusht, der wurde gewornt. Der war ja anscheinend falsch. Also bleibst ja du nur noch übrig. Ja, aber der Call kam doch von dir. Kann nur Terz so das Maggie sein. Ja, weil ich hier gerade eben am Table war. Oder hast du einfach irgendwie, hast du reportet und dann irgendwas gesagt? Nee, weil Smegi hat es ja noch sogar gesehen. Es war ja sogar ein VIP-Flash, Terz allein. Und ich habe sogar für dich, ich war Tiebreaker, ich habe für dich sogar noch Julie gewornt und habe gesagt, komm, ich gebe ihm noch eine Runde. Obwohl du wirklich Heidi sagst. Ich gebe ihm noch eine Runde. Und jetzt hast du aber noch eine zweite Runde bekommen und sowas. Ja. Aber irgendwann muss auch mal gut sein. Haha, ist doch klasse. Ich muss da jetzt dranbleiben. Also wahrscheinlich, wenn du leben willst, musst du Terz zu roten. Ja, ich wurde Terz zu. Weil ich Tiebreaker bin, ne? Das tut mir so leid, ne? Ich war der Swopper. Richtig schön rein in den Int. Ja, ich weiß, ich bin ja auch die Letzte, die noch immer ist. Ja, ja. Ich würde sagen, dass du... Also, wenn Farou noch einmal sagt, der Intet nicht, ne? Rastet dich komplett aus. Du wolltest Farou voten, Terz. Ja, weil er den Call gibt. Ja, aber Farou ist auch Sass. Der Junge hat das erste Meeting damit begonnen, dass er eine Stunde über den Terscher redet und dann sagt er, ich glaube, Smeggy war's. Also, das ist ja hier... Ich will ihn nicht ausmalen, weil es dieser Junge von sich gibt. Also, das ist einer der krassesten Innenzieher. Das ist ja Geistkrank. Und wir können hier... Guck mal, Farou sagt uns, es waren nur zwei Leute. Terz war da und nur Smeggy. Einer von euch beiden muss es gemacht haben. Also, ist Geistkrank. Karneval-Zug. Und die sind am musizieren, die sind am musizieren, Farou, bei dir. Aber Geistkrank. Wer hat die Snitch rausgevortet? Du. Ich hatte drei Votes, ne? Da waren mehr, als die dabei waren. Ich habe die erste gevortet. Also, Smeggy mit seiner 10 von 10 Snitch hat gesagt, es ist entweder Terz oder Juli. Nein, von 10! Ich war da nicht voll. Doch, das ist Geistkrank. Also, erst gibt Smeggy den Call. Es kann nur Terz oder Juli sein. Doch, hast du gesagt. Ich habe zwei Namen genannt. Shoshy hätte ich nennen müssen, richtig? Ich habe gesagt, nach meiner Meinung sind das noch die Böse sein können. Ich habe nicht gesagt, lass auf die pushen. Ja, aber wenn du die Namen aussprichst, dann ist es nicht so. Nein, ihr seid erwachsene Menschen! Ich bin doch 10 bei den Killer und ihr votet die nicht. Ich meine, der hat selber gesagt, ich bin... Also, ne. Ne, Freunde, also ganz ehrlich. Also, erst hat Smeggy gesagt, kann nur Terz oder Juli sein. Dann, ich bin natürlich Crew. Ich sehe, ja, muss Juli sein dann. Ich verlasse mich auf den Call. Und dann Faru, Faru, der Oberknaller, der sagt, es kann nur Smeggy oder Terz sein. Dann sage ich natürlich, ja, dann muss Smeggy sein, weil ich weiß ja, ich bin gut. Dann voten wir Smeggy deswegen raus, wegen dem Call. Und dann sagt Faru, ja, du hast zwei Crewmates rausvoten lassen. Freunde, ganz kurz, wer bin ich? Ja, ne, Terz, du hast zwei Crewmates rausvoten lassen. Wir müssen dich voten. An der Stelle, ich sage, es ist Faru, Freunde. Ja, crazy. Also, Faru, ganz ehrlich, wenn du das Video siehst, also, du hast geistkrankt, die Clownsnase ab. Auf, deshalb, mach jetzt auch die Abmoderation mit der Clownsnase. Freunde, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Follow da, hier bei dem Video. und, ähm, bis morgen, 16 Uhr. Ne, checkt den Terz-Channel aus. Tschüss! wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020